Was ist das Geburtstagsgeschenk? Wunderlich Freundin, ja. Wo ist sie jetzt? Hier. Ne, heute nicht. Du bist glücklich über das Geburtstagsgeschenk? Oh ja, auf jeden Fall. Wollte ich nochmal machen. Und du hast sogar richtig gutes Wetter erwischt, ne? Ja, ich tue heute. Alles gerecht ist dein Saal. Okay. Kurz mit einer Hand halten. Los geht's. Ich freue mich. Sehr gut. Dann das jetzt meinem Kollegen unauffällig folgen. So, jetzt bist du ein Trepp und lässt dich einfach nach vorne entkippen. Seil rutscht dabei leicht jetzt deine Hände. Super. Hier wird auch was gemacht, oder? Die Hände. Die Hände. Die Hände. Die Hände. Die Hände. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020